Im Tattoo-Studio Lion Inc. profitieren Sie von über 20 Jahren Erfahrung. Wir sind mit unserem Team auf Oldschool-Tattoos, Porträt-Tattoos und Skulls spezialisiert, können aber auch Freihand-Tattoos stechen. Zu unserem weiteren Angebot gehören Black & Gray Realistic-Tattoos und Cover-Up-Tattoos. Selbstverständlich legen wir auf die Sauberkeit und die Hygiene in unseren Räumen allergrößten Wert und verwenden immer neue Nadeln. Kommen Sie in unser Studio.